Ihr habt Interesse an diesem oder anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Gut, meine Damen und Herren, also nochmal herzlich willkommen beim 14 Uhr Livestream heute an einem Mittwoch und fängt ja gut an, so fängt es immer an. So, jetzt muss ich mal gerade hier wieder rumfummeln, dass das Ding nicht die ganze Zeit gegen den Tisch dongert, wenn man das nämlich ganz deutlich hört. So, also, springt die Kamera erstmal durch die Gegend. Wir fangen mal wieder ganz casual hier an und, ähm, hallo! Meine Fresse. Okay, wir fahren immer noch die Linie 109 nach U-Alsterdorf und, ähm, ja, wie gesagt, oh Gott, Omsi, laden bitte. Schnell, schnell, okay. Los geht's, vielleicht kriegen wir die grüne Ampel noch. Fahr, 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 fahr. Was hab ich kaputt gemacht? Hä? Ähm... Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Ähm... Ich, ich lad den Bus einfach nochmal. Ähm... Irgendwie will er gerade gar nicht. Okay, ähm... Manfred ist zu schwer, das ist das Problem, ja. Ähm... Ja, wie gesagt, sorry, dass es jetzt gerade nicht funktioniert, aber das ist typisch. Typisch. Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Fängt super an, ich weiß. Warum immer bei mir? Okay, komm schon. User Fahrzeug laden. Lade-Tü-Tü-Tü-Tü. Hey. Hey. Äh, so, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ach ja, ein Spiel von 2011 mit toller, veralteter, 10 Jahre alter Texturen. Ja, das Spiel darf das. Bitte funktionier jetzt einfach. Bitte, Bus, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie entschuldigen die kurze Verspätung dieses Mods. Dankeschön. Fährst du mit dem Dreifach-G? Nein, mit dem Zweifach-G. Hallo! Okay, meine Damen und Herren. Tschüss, Bus, Pech. Dann fahren wir nicht mit dem langen, hat er Pech gehabt. Fahren wir mit einem original Hamburger Stadtbus. Wie teuer waren deine Kopfhörer? Die Dinger haben 35 Euro gekostet. So, jetzt fahren wir aber hier mit dem. Ach komm, fahren wir mit dem, ist doch scheißegal. Mach hin, ich will hier weiterkommen. Die Leute warten. Wo ist hier? Rot-Weiß, Mann. Hamburg, ja. Rathausmarkt. Warum? Warum, Spiel? Warum? Tut mir leid, das Spiel ist es schuld. So, fahr, 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 fahr. Hallo? Ah, ein Gang wäre nicht schlecht. Und los geht's. Ähm. Wie teuer war deine Seele, die du verkauft hast, weil du um sie zwei spielst? Ah, viel zu günstig. So. Rathausmarkt. Bitches. So. Jetzt möchte ich die ganze Suppe wieder machen, ne? Fahrermodul. Komm, mach du Penis. Äh. 1, 5, 0, 6, bla. Kannst du mal ein Tutorial machen, wie man einen Doppelgelenkbus baut? Mal gucken. Äh, Dienstnummer, ja. Umlaufnummer, weiß ich noch nicht. Okay, äh, dann suchen wir uns jetzt schnell den Umlauf, äh, vom Rathausmarkt zum U-Alsterdorf. Da ist er auch schon, die 66 101. Äh, 66 101. So, und damit haben wir den Fahrplan. 5 Minuten. Oben müsste jetzt das Richtige draufstehen. U-Alsterdorf, sehr schön, Licht an. Nochmal kurz anfahren, dass die Leute registrieren, dass sie hier einsteigen können. Oder auch nicht. 5 Minuten vorstellen. Und wir können weiterfahren. So. Er liest meine Kommentare nicht. Ich lese alle Kommentare unter YouTube. Aber hier im Livestream ist das ein wenig was schwer. So. Äh. Dafür, du hast noch nichts vorher geschrieben. Genius. Ähm. So. Äh, 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 äh. Wir brauchen 5 Minuten. Scotty, gib mir 5 Minuten. Dio, 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 didi, 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 didi. Fertig. Ist das nicht schön, die Omsi-Ladezeiten. W, du fährst mit mir hinten. W, du fährst mit mir. Alter. Ich bin weg. Ich bin da mal weg. De. Ich glaube, ich habe die Kollisionen noch nicht an. Kann das sein? Okay. Äh. Halt die Randhausen. Dann siehst du, ob es dunkel ist. So. Hast du Ferien, Felix? Ja. Habe ich. Ah ja, stimmt. Der Start ist ja um die Ecke, ne? So. Jetzt mache ich mal gerade die Kollisionen wieder an. Es tut übrigens sehr leid, dass meine Mutter im Hintergrund meint, Rasen, äh, nicht Rasen zu mähen, äh, zu Staubsaugen. Da kann ich nur gar nichts gegen tun, weil eigentlich sollte ich für die Schule lernen. Äh. Hm. So. Okay. Seit wann da dürfen hier Autos durchfahren? Verpiss dich. Fahr. Verpiss dich. Meine Fresse. Hamburger, ey. Weißt du, du musst rechts fahren. Nur Busse dürfen links rum fahren. Was macht der? Links rum fahren. So. Kommt später auf City Skylines. Mal gucken. Warum eigentlich nicht? Okay. Ähm. Äh. Äh. Wie geht's dir? Mir geht's momentan super. Ich darf um sie streamen. Was ist dein Traumberuf? Also momentan, ähm. Ähm. Momentan gehe ich mit meiner, mit meiner Schulbildung und allem in Richtung IT-Techniker, weil ich auch, äh, so leicht, guck mich mal um, so leicht computergeil bin. Okay. Ähm. Ähm. Einmal Großbereich, bitte. Kannst du mal die Autos auf volle Kanne einstellen und die Verkehrsdichte auch? Pff. 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 Stellen wir die mal nur ein bisschen hoch. So. Gerne. Kann ja nur lustig werden. Ähm. Ding, 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 ding. So. Äh. 21 Leute. Was ist denn los? Herzlich willkommen hier an diesem wunderschönen Mittwoch. Auch hinten ist noch offen. Okay. Äh. Wir müssen erst mal hier russ. Sehr schön. Jetzt wird es geil. Ja. Ganz ruhig. Ich reg mich dann. Ich reg mich dir auf. Nächste Haltestelle. U- und S-Bahn-Jungfernstieg. Übergang zu den Linien U1 und U2. So wie den S-Bahn-Linien S1 und S3. Übergang zu den Alsterschiffen. Halt die Fresse. So. Jungfernstieg. Felix, hast du den Greenscreen an? So als der Bode-Trix. Change here for rapid transit money. Das beantwortet auch direkt die nächste Frage mit der Sonne. So. So. Äh. Dann ist hier direkt wieder rot. Was ist denn das für ein Ampelsystem hier? Ach ja, genau. Beschissen. So. Was für ein Lenkrad hast du? Keins. Ich fahre mit der Maus. Ähm. Oh, warte. Jetzt hat es hier wieder. So. Äh. Was sagst du? Äh. Was sagst du zum Vorhaben von Doc? Ich habe keine Ahnung, was Doc vorhat. Das sage ich dazu. Okay. Irgendwie bringt das Licht nichts. Das ist irgendwie. Sau dunkel. So. So, machen wir wieder zu. Okay. Wow, da hat sich erstmal die Sound-Engine komplett aufgehangen. Oh, Fakur ist rot. Toll, genau dann. So. Achso, hast du eine 100K-Leitung? Nein, ich habe eine 128K-Leitung. So. Und bald habe ich sogar eine 200K-Leitung, aber das dauert noch ein bisschen. So. Guten Abend. Guten Tag. So, frohe Ostern nachträglich. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Kann es sein, dass deine Face-Cam gerade asynchroner ist? Eigentlich nicht. Aber ich kann gerne nochmal nachgucken. Moment schön. Hups, jetzt habe ich irgendwas verstellt. Warte. So. Deaktivieren. So, jetzt müsste sie etwas direkter sein. Wie viel hat dein PC gekostet? Wenn man es jetzt über die Tage zusammenrechnet, bin ich bei, glaube ich, 2500 Euro. Ich habe den halt kräftig nachgerüstet. Und was hast du zu Ostern bekommen? Schokolade. Ganz viel Schokolade. So. Wie lange willst du streamen? Zwei Stunden Omsi und danach vielleicht sogar noch ein bisschen was City Skylines. Muss man mal gucken. Vielleicht lässt sich da ja was machen. Okay. Da wollen wir noch direkt wieder welche rein. Sehr gut. Was fährst du danach? Ach, das werdet ihr dann sehen. Ich habe in Möglichkeit den Namen von der Web vergessen und deswegen kann ich es euch jetzt gerade nicht sagen. Genau das. Verdammt. Äh. Ja, nach überall, du Genius. Die labert immer eine Scheiße hier. Oh, ich habe rot. Äh. Okay, äh. Ich glaube, er spielt danach oberste. Moment. Sag mal. Woher zur Hölle weißt du das? Ich habe keine Ahnung, woher er das weiß, weil das ist richtig. So. Naja, ähm, okay, wir müssen erstmal rüber. Mir fällt auch gerade was auf, so. Er freut sich, dass er es weiß. Ja, der Verkehr geht aber noch, ist halt normal. Du, 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 du. Aha, 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 aha... Den neuen Zitaro Facelift, ne, hab ich noch nicht runtergeladen. Ne, hab ich noch nicht. Nein! So, ja. Ja, da geht's. Fest mit Fernlicht, ja, weil man sonst überhaupt nichts sieht. Ich kann auch ohne fahren, Mann. Wenn ihr wollt, fahre ich ohne. So ein Stress hier. Okay.